Ohne Kniefall, so lief Ariannas und Pete's Blitzverlobung ab Die Mikrointerpretin seitdem ihren schicken Diamantring mit sich herum Doch anders als der Riesenklunker fiel der Antrag selbst nicht besonders extravagant aus, Arianna enthüllte jetzt, dass Pete damals nicht einmal vor ihr auf die Knie ging Das verriet die Pop-Sängerin nun in der Zachsang-Show Sie sei aber ganz froh darüber, dass Pete dieser Tradition nicht gefolgt ist, nein, das wäre so albern gewesen. Der Antrag verlief ganz nach Ari's Geschmack, es war einfach sehr schlicht und unglaublich süß Wir haben nur so abgehangen, er hatte einen Ring dabei und hat mich einfach gefragt Besser haben Pete und Arianna sich noch nicht zu einem Hochzeitsdatum geäußert, ihre Blitzverlobung lässt aber eine ebenso schnelle Erschließung vermuten Was haltet ihr von dem Antrag? Stimmt ab Anderer